Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich über Ihr Interesse an unserem Seminar zur Ausbildung interner Auditoren. Wenn ich so als Trainer oder Berater in Krankenhäuser komme, dann treffe ich in diesem Zusammenhang in der Regel immer auf zwei verschiedene Teilnehmergruppen. Das eine sind Quartiersmanagementbeauftragte in Krankenhäusern, vielleicht gehören Sie dazu, die sich mit dem Thema interne Auditoren beschäftigen müssen. Und das zweite sind in der Regel Menschen, die sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, indem sie einfach zu internen Auditoren benannt werden oder demnächst benannt werden sollen. Und auch nicht so recht wissen, was es mit diesem fremden Thema internes Audit auf sich hat. Aus diesem Grunde möchte ich Sie ganz gerne in so einem ersten Teil des Seminars in die Grundlagen des internen Audits einführen. Ich möchte mit Ihnen einen Einstieg in das Thema vornehmen und würde ganz gerne vier verschiedene Aspekte dabei ein bisschen vertiefen. Zum einen tun wir gut daran, ein bisschen die Grundlagen mal zu reflektieren. Was steckt eigentlich hinter dem Audit? Welche Normhintergründe gibt es insbesondere? Im zweiten Teil würde ich Ihnen gerne darstellen, wie so ein Audit abläuft. Leiten und Lenken eines Auditprogramms als erstes Mal. Leiten und Lenken umfasst ja das Thema Management. Management ist Leiten und Lenken von Organisationen und auch das Auditprogramm darf gemanagt werden. Dann werden wir uns mit dem Ablauf eines Audits beschäftigen. Irgendwie führe ich das Ganze durch und zum Schluss meines Seminars mit Ihnen gemeinsam möchte ich gerne nochmal reflektieren, welche Kompetenzen braucht ein Auditor und wie bewerte ich eigentlich Auditoren in ihrem Tun, in dieser Rolle, die zunächst noch sehr ungewohnt sein wird. Bevor wir in die Details einsteigen, würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen gemeinsam dieses Wort Audit ableiten aus dem Lateinischen, vom Lateinisch audiere, gleich hören, horchen, hinhören, zuhören. Und ich selbst habe mir mal so eine Eselsbrücke gebaut, wer von Ihnen vielleicht so ein bisschen sich mit der Historie, der Geschichte von Automobilen beschäftigt, kann mir da ganz gut folgen. In den 20er Jahren hat ein August Horch in Zwickau die August-Horch-Autowerke gegründet und nachdem er das Unternehmen nach einem Streit mit den Gesellschaftern verlassen hat, hat er ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut und er konnte den Namen Horch aber nicht weiterverwenden. Und da ist er in die Idee verfallen, das neue Unternehmen ins Lateinisch zu übersetzen, nämlich im Sinne von Horch gleich Audi und hat damit eines der heute ja doch sehr bekannten und weltweit bekannten deutschen Unternehmen gegründet. Das ist vielleicht so eine kleine Eselsbrücke, bevor wir in die Details gehen. Ich beginne mal mit Ihnen zunächst eine allgemeine Definition so ein bisschen auseinanderzunehmen, zu filetieren. Diese Definition entstammt der ISEN 9000, das ist die Begriffsnorm im Qualitätsmanagement. Und da gibt es einen relativ sperrigen und langen Satz, aber es lohnt sich diesen mal zu untersuchen, weil da steckt schon ganz viel drin für das Thema Audit, was wir später aufgreifen werden. Es heißt nämlich in der Definition, das Audit ist ein systematischer, unabhängiger und dokumentierter Prozess. Dokumentiert kennen Sie inzwischen aus dem QM, wichtig ist hier auch das Wort Prozess. Das heißt dann weiter zur Erlangung von Audit-Nachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit Audit-Kriterien erfüllt sind. Ich habe bewusst mal so die wichtigsten Begriffe betont und die sollten wir nochmal gemeinsam durchgehen. Wenn es heißt, ein Audit ist ein Prozess, dann bedeutet das, dieses Thema muss wiederholt, wiederholend auf die gleiche Art und Weise vollzogen werden. Das heißt, das Audit darf nicht von einzelnen Personen abhängig sein, sondern es muss eine Systematik haben. Systematisch, das ist der nächste Begriff, heißt ja, das ganze Thema Audit folgt dem Grundzyklus des Qualitätsmanagements, nämlich dem PDCA-Zyklus. Ein Audit muss geplant werden, es muss wie geplant umgesetzt werden. Es muss eine Überprüfung des Audits stattfinden und letztlich auch eine kontinuierliche Verbesserung. Jetzt kommt ein Begriff, an dem Sie sich vielleicht etwas reiben werden. Das ist der Begriff unabhängig. Was heißt denn unabhängig beim Audit? Zum einen ist die Forderung hier, dass das Audit unabhängig von einzelnen Interessen, von Geschäftsführungsinteressen oder von Chefarztinteressen oder auch von den Interessen einzelner anderer Auditierter unabhängig sein muss. Das heißt, der Auditor agiert eigentlich außerhalb der normalen Organisation. Er ist in keine hierarchischen Zwänge eingebunden, sondern sollte unabhängig losgelöst von der sonstigen Organisation agieren können. Das ist die Forderung. Das ist die Forderung. Vielen Dank.